Ja, und das ist also Jackie Marone. Wie alle Detektive, die man so kennt, hat er natürlich einen Hut auf. Er ist, wie ihr schon gehört habt, ein Fuchs und er hat natürlich, wenn er sich zu einem Fall aufmacht, auf jeden Fall erstmal seine Superlauscher auf dem Kopf, mit denen er wirklich alles hören kann und alles belauschen kann und natürlich so auch viel Informationen bekommen kann, die ihm zum Lösen seiner Fälle nützlich sind. So, er ist ein Fuchs, wie gesagt, mit einer Superspürnase, pfiffig, sieht man schon. Er hat natürlich auch eine Dienstkleidung und das ist bei einem Detektiv ein Trenchcoat mit hochgeschlagenem Mandelkragen. Wenn er losgeht zum Ermitteln, hat er natürlich immer sein detektivisches Zubehör dabei, nämlich seinen tollen Detektivkoffer, den er bei Alice gekauft hat, mit dem ganzen tollen Zubehör, was da drin ist. Er hat seinen Mantel geschnürt mit einem Gürtel. Das wird im Teil 2 nochmal richtig wichtig, denn das ist ein Teleskopgürtel, mit dem man sich ziemlich lang irgendwo herunterlassen kann. Der kann auf 25 Meter Länge ausgefahren werden und ist auch bei der Verbrechensbekämpfung natürlich ein nützliches Mittel. Jackie Marrone trägt meistens Turnschuhe, denn er muss natürlich sportlich unterwegs sein. So, er hat auch eine zweite Hand sogar und in der hat er natürlich nicht selten das wichtigste Utensil, was er auch in seinem Koffer oder auch sehr oft einfach direkt in der Manteltasche hat, nämlich das Sprühseil. In einem anderen Film führe ich euch das vor. So, damit ist er also unterwegs. Er ermittelt, in der wunderbaren Stadt Bremen, nicht zu verwechseln mit der Stadt Bremen, in der Stadt Bremen, dort hat er auch sein kleines Büro. Das ist sehr, sehr unauffällig, sehr klein. Es hat zwar eine Klingel, aber kein Türschild. Es ist direkt nebenan von der Bäckerei. Da kann man sich ab und zu mal nochmal eine Brezel kaufen. Das ist die Brezelverkäuferin, die natürlich auch schönen Kuchen hat und Brötchen und Bleche voll Kuchen. Es gibt dort auch noch einen Zeitungskiosk, einen Optiker und alles Mögliche. Das will ich euch jetzt gar nicht sagen, aber es gibt in der Stadt Bremen auch noch, das ist etwas weiter entfernt von Jackie, da muss er, fährt er gewöhnlicherweise mit dem Fahrrad oder mit dem Bus hin. In der Stadt Bremen gibt es auch die wunderbare, den wunderbaren Laden von Alice. Nach außen hin sieht das Ganze aus wie eine Buchhandlung. Hier sind Bücher zu sehen, so ausgestellt, wie man das so kennt. Wunderbar, hier ist der Eingang, noch ein zweites Schaufenster, noch mehr Bücher und noch mehr Bücher. So, aber im Hinterzimmer dieser Buchhandlung befindet sich das Fachgeschäft für Agentenzubehör und Alice, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Alice führt dieses Fachgeschäft. So harmlos, wie diese kleine Hasenlady aussieht, ist sie gar nicht. Denn Alice kann ziemlich gut Kung Fu und kennt sich natürlich mit allem aus, was man so brauchen kann, um Gauner und Verbrecher zur Strecke zu bringen. Sie hat also dort alle möglichen Sachen zu verkaufen, eine Spionageameise, Teleskopgürtel, Sprühseil und so weiter und so fort, Schrumpftropfen und allerlei anderes. In jedem Abenteuer etwas anderes. Sie ist außerdem die Freundin von Jackie Marone und hilft ihm bei jedem Fall. Also, jetzt kennt ihr euch ein bisschen aus, wie das da so aussieht und vielleicht habt ihr Lust in den einen oder anderen Fall von Jackie Marone. Mal herein zu gucken. Würde mich freuen. Also, wenn ihr Lust habt, den Jackie Marone einmal selber zu zeichnen, dann findet ihr im Internet auf YouTube einen Ruckzuck-Zeichen-Workshop. Da könnt ihr lernen, wie der Jackie zu zeichnen ist, der Sprühdose und dem Koffer und ihr findet auch noch einige andere Figuren aus meinen Büchern, zum Beispiel auch Alice und das große Huhn, was im ersten Teil von Jackie Marone eine Rolle spielt. Auch das könnt ihr mit mir zusammen Schritt für Schritt zeichnen. Das ist doch toll, oder?